Okay, let's go. Jump and run. Okay, 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 I take it back. I can't see the pattern. Not good. Maybe we can sprint. Ow, ow, ow! Ouch! Why did I not see the sense in this? Now I became a little like Mario. I understand. The first star. A heart. Okay. Uff. Und, hops. Super Mario halt. Ah! Und, hops. Okay, wie sollen wir da hochkommen? Ach du Scheiße, ach du Scheiße. So kommen wir hier hoch. Und das Risky. Oha! Das Ganze nochmal von vorn. Na toll. Stopp that! Na komm, das kriegen wir doch hin. Wir sind klein, aber das kriegen wir schon hin. Jetzt werden wir wieder los. Ähm. Oh, oh, oh. Au. Ups. Der dritte Stern. Okay. Geil. Oh Gott. Das kriegen wir doch hin. Stoppen. Und durch. Lassen wir eine Stern gut sein. Darauf kommt es nicht an. Ach du Schreck. Au. Ich hab die Säge nicht gesehen. So ein Mist. Er ist nochmal von vorn. Sieht alles schlimmer aus als es ist. Na komm. Und weg hier. Und durch hier. Au. Das war nicht gut. Der Stern. Verdammt. Kein Checkpoint. Checkpoint ist wenn ihr so sehr gut ist. Das würde das Spiel leichter machen. Aber es ist ja hier nichts von Mario. So ein Tree out of ten. Ein Minispiel in Tree out of ten. Au. Na komm. Die Flamme. Verdammt. Na komm. Das schaffe ich jetzt noch. Achso. Skipp. Da können wir das Level skippen. Au. Na komm. Ein bisschen weiter will ich hier noch kommen. So. Na komm. Wir haben es doch lang weiter geschafft. Wir groß werden. Das ist ja gar kein Hindernis. Und hops. Und hops. Und hops. Okay. Oha. Und jetzt durch. Okay. 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 Die Säge. Die Säge. Die Säge. Genau. Reingesprungen. Na toll. Ach komm. Jetzt geben wir was. Wir haben es weit geschafft. Das war der Lichtschalter. Ach du Schander. Im Dunkeln. So läuft der Maschinen überhaupt rum. Dude. What? There's no way. You can do it man. Oh got it. Sorry about that. etwa. The fuck. Dude. What? There's no way. You can do it man. Oh got it. Sorry about that. Aha. Dude. What? There's no way. You can do it man. Das ist einfach nur ein Gag. Das kann man nicht wirklich schaffen. Du musst bist Bruce. Ich bin sorry, habe ich ein Gespräch? Hat Addy dich in? Ich in mich in. Ich bin hier für ein Messer. Was ist das? Wer bist du? Der Messer ist, Jeb erinnert alles. Oh, was? Wer ist Jeb? Ich dachte, du kannst das sagen. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen. Wir können das auch einfach machen oder die Plier-Way. Security! Get in hier! Ich habe den Knopf nicht verknüpft. Schau, Frau, ich weiß nicht jemanden, der Jeb erinnert. Das bedeutet nichts für dich? Woher hast du das? Du sagst mir. Wenn ich die Antwort auf das, hätte ich nicht gefragt. Okay, also machen wir das dann die Plier-Way. Warte, nein! Ich habe keine Ahnung, wer Jeb ist. Aber ich weiß das Logo. Oh ja? Lass uns einen Chat haben. Das wird jetzt interessant. Das würde ich auch ganz gerne wissen. John, hat jemand ever built this many catapultes? Oh, they use them for conventions. They do a lot of conventions. Okay, so, we open that door and we're home free? Right. This is why I needed help. It's a three-step process. Ben, you take that button and you take that one? I'll take the button by the door. We must push them at the same time and the gate should lift. That's for nix. Okay. On my mark. Three, two, one. It's up. Great. Keep holding those buttons. It's the only thing keeping the gate up. What? What the hell, dude? You didn't tell us that. Frank. Man, what about us? Und wie sollen wir jetzt rauskriegen? The catered lunches are actually really, really good. Thanks for helping me out. Really, Frank? Come on, dude. Good seeing you, Ben. Gotta run. Na, so'n Scheiß. He is totally not a good role model. Yeah, just when you think you know a guy. Think you'll remember about the Minopult field? The what? Yeah. Okay. Uh, now. How do we get out of here? You don't. It's impressive, you got this far. But we figured, you'd end up down here. Right? We came the two of the money to the door. You all were playing chess. But we were playing one dimensional chess. Hey, what do you think about sending these Joker's on a one-way-catapult ride? Yeah. One-way-catapult rides. Dude, seriously? All-way-catapult rides are one-way. Can't it, smartass? Oh, there you are! Get her! Nice timing. Let's go, Kevin! Get them! Okay. A further racing game. Did you put rocket launchers on this thing? Yeah. My generation just loves rocket launchers. Heads up. Looks like we're in the first fight. Oh, okay. Ah, you're afraid. You have to understand the new power. Ah! More attacks! Ich halte den Panzer aus. Oh, das sind Raketen. Noch mehr Raketen. Na, sehr toll. Raketen-Zone, verdammt. Wir werden das nicht überleben. Oh no. Vorbei, ein Baum. Jetzt muss erst mal die Sache anvisieren. Na komm, zack. Wir sind fast zerstört. Ach so, da kommt der Nächste. Hier noch ein paar Raketen. Oh, kacka. Oh, kacka. Sind wir überhaupt kaputt? Oh, wo ist das? Genau. Wir sind kaputt, war. Na komm, immer versuch's noch. Erstmal Munition sammeln. Oha. Nicht so viel Schaden passieren. Was ist das? Reloading. Okay. Daneben. Ich glaube, wir treffen ihn nicht so wirklich. Wienfels. Wow, dieses Auto kann ein Fettung nehmen. Oh no, wir sind kaputt. Na komm. Na komm. Na komm, zack. Rein da. Ich bin okay. Das sind die Verfolgungs-Saketen. Also ungefähr treffen müssen wir schon. Oh no, wir sind kaputt. Na komm. Feuer! Mein Katapult ist fast zerstört. Sehr schön, wir brauchen neuen Staff. Ein bisschen Heilung wäre auch nicht schlecht. Ein bisschen Heilung. Von der anderen Seite. Wir müssen von der anderen Seite kommen, damit wir eine Heilung kriegen. Heilung. Sehr schön. Waffen. Okay, wir müssen ein bisschen aufpassen. Heilung. Feuer! Feuer! Okay, das ist nicht gut. Wir haben genug Akten, wir müssten mal langsam feuern. Oh ja. Das wird auch nichts. Gehen! 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 Na komm. Na komm. Gut work. Reloading. Na komm, mach kaputt. Holy shit! Uh-ha. Uh-ha. Das wird auch nichts. Ich brauche die Heilung. Ich brauche die Heilung. Uh-ha. The fuck. Geh lang. Heilung. Wo ist der kaputte Panzer? Okay, da hinten ist einer sehr kaputt. Oh nein. Wir sind in der Luft. Ich brauche die Heilung. Das sieht gut aus eigentlich. Er hat nicht mehr viel Energie. Es ist gut. gut wir stecken fest wir stecken verdammt wir hätten es fast geschafft wenn wir nicht hier festgesteckt wären wir kommen nie wieder raus tut mir leid wir haben stark gekämpft blöden 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 komm schudley zurück zu machen real games bretley schudley ich habe eine neue Aufgabe für dich du bist du bist ein bisschen Zeit weg von der offizie aber wir lieben die offizie richtig bretley richtig schudley es ist das beste ich weiß aber wir müssen wir auf unsere neue Freunde wir können sie zurückbringen wir haben mehr Katapult nein 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 ich will das automatisch gemacht und ich will Sie suchen bestimmte Dinge äh wie Koupons wir kommen von heute mit etwas Neues etwas etwas ziemlich unerwartet ok das ist ja wohl wirklich in der letzten Episode erfahren hoffentlich schauen wir mal ob wir herausfinden wer denn die Amboiler Cooperation ist ins Fun Clock Fun Clock Fun Clock somewhere ok bin ich mal gespannt ob es da irgendwas auflösen wird in der letzten Episode scheint doch die letzte Episode zu sein zweite Season beste Episode bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal